So Leute, guten Morgen hier wieder nach meinem Frühtraining und heute gibt es etwas besonderes für euch, denn ich stelle euch heute nicht nur eine Übung vor, sondern es gibt mal wieder eine methodische Reihe zum Nachmachen für euch. Die könnt ihr sowohl im Anfängerbereich versuchen, mit einigen Hilfsmitteln natürlich, als auch im fortgeschrittenen Bereich und die besteht aus drei Übungsteilen. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen natürlich unsere Zuglänge, unsere Geschwindigkeit erhöhen. Es wird sehr anstrengend für den Beinschlag werden. Wir schulen damit extrem unsere Rotation, die Wasserfassphase, die Eintauchphase vorne und unsere allgemeine Ökonomisierung beim Kraulschwimmen. Ich fange an. Ich schwimme jetzt erstmal eine Bahn Beinschlag für euch. Wer dabei aber meine Beine neben dem Körper haben und immer von der rechten Seite zur linken Seite ganz extrem rotieren, so dass immer die Schulter der jeweiligen Seite aus dem Wasser kommt. Für den Anfängerbereich ganz wichtig, zieht euch während der kompletten Serie Flossen an, da ihr so einfach viel mehr Vortrieb habt und viel weiter nach vorne kommt. Danach zeige ich euch eine Übung, die nennt man bei uns Frontquartern. Also das vordere Viertel des Zuges ist damit gemeint. Ich schwimme keinen kompletten Abschlag, sondern ich versuche in dem letzten Viertel des Armzuges rüber zu rotieren, wieder zu ziehen und wieder im letzten Viertel des Armes zur anderen Seite rotieren. Danach werden wir das Ganze in ganze Lage übertragen. Nochmal kurz zum Frontquartern. Da wollen wir auch extrem mit der Seite aus dem Wasser eine extreme Rotation erzielen. Deshalb mein Tipp da für euch jetzt schon, atmet bei jedem Armzug. Danach, wenn wir es in ganze Lage übertragen, versuchen wir einen Dreierzug zu machen, weil wir eine gleichmäßige Rotation, also auch eine beidseitige Atmung erzielen wollen, weil so euer Kraulschwimmen natürlich ökonomisiert wird. Ich fange jetzt einfach mal an. Schaut zu, wie gesagt, Anfänger, Flossen auf jeden Fall anziehen. Im fortgeschrittenen Bereich, wenn ihr es zum ersten Mal ausmachen wollt, könnt ihr auch Flossen anziehen. Wir nehmen mal Fingerpedals mit auf die andere Seite, weil die brauche ich dann zum Frontquartern schwimmen. Sage ich gleich noch was dazu. So. Ganz wichtig, ihr habt das gerade gesehen, wie das Ganze flüssig aussieht. Wenn ihr da mit dem Anfängerbereich Probleme habt, ihr seht, es fehlen jetzt die Arme natürlich als Hilfsmittel, die euch beim Wechsel auf die jeweilige andere Lage natürlich helfen. Deshalb auch die Flossen, da wird es vielleicht einfacher, dann auf die andere Seite zu rotieren. Aber wichtig ist bei der Übung, dass ihr einfach mal ein Gefühl für einen Vortrieb in der Seitenlage bekommt. Und das Ganze ohne Brett. Und das ist erstmal schwierig nachzumachen. Deshalb, wenn es am Anfang noch nicht klappt mit dem flüssigen Wechsel von der einen Seite zur anderen Seite, geht da nicht auf. Versucht es einfach wieder. Die Übung, die macht man auch nicht nur eine Bahn immer, sondern die macht man vielleicht fünfmal eine Bahn oder fünfmal zwei Bahn und dann kommt die nächste Übung. Jetzt gehen wir zu dem Frontquartern über. Die Fortgeschrittenen können da jetzt noch einen Schritt mehr einbauen und zwar vorgeschaltet Kraulwechselzug, was ich euch schon in vielen Übungen vorgestellt habe. Jetzt, wie gesagt, versuchen wir im letzten Viertel des Armzuges auf die andere Seite zu rotieren. Und ich werde das jetzt wieder übertrieben machen, dass ich auf jeder Seite übertrieben weit aus dem Wasser gehe, dass ihr wieder, dass ihr wieder ein Gefühl für die extreme Seitlagenposition bekommt. Und da eben geht es jetzt auch darum, wenn ich hier vorne lege, deshalb auch die Fingerpedals, lege ich extrem auf der Seitlage, ziehe hier und muss dann in diesem Bereich auf die andere Seite kommen. Das heißt, ich muss hier jetzt mit dem Zug anfangen und da passiert es ganz oft, dass man die Körperspannung verliert und deshalb auch die Fingerpedals, weil sie einfach für das Liegen auf dem Wasser ein bisschen helfen. Das ist wie ein Surfbrett, wo man einfach ein bisschen mehr Auftrieb hat und dann kann man einfach das Wasserfassen besser schulen und die Rotation auf die andere Seite besser machen. Ich werde jetzt Einerzug machen, wie ich euch gerade eben gesagt habe. Schaut einfach mal zu. Das Ganze mache ich einfach jetzt mal nochmal in der Bahn, dass ihr es nochmal sehen könnt. So, ihr habt es gesehen, ich habe dazu einen Dreierbeinschlag gemacht, weil es einfach für mich so flüssiger wird, wenn ich Wechselzug jetzt noch davor gemacht hätte, da würde ich euch auf jeden Fall eine Variation im Beinschlagrhythmus empfehlen, weil man bei Wechselzug ja immer eher ein bisschen intensiveren Beinschlag macht und bei ganzer Lage darauf schaut, dass der Beinschlag einfach flüssig durchläuft. Ihr habt es gesehen, bei mir läuft er ziemlich flüssig durch, 1, 2, 3 pro Armzug und das müsst ihr auf jeden Fall zu Hause auch versuchen, dass der Beinschlag immer durchgängig, immer ohne Pause. Ihr dürft kein Stocken im Rhythmus haben. Jetzt müssen wir natürlich versuchen, das Ganze in die ganze Lage, in die komplette Kaulschwimmlage zu übertragen. Jetzt werde ich natürlich nicht mehr extrem auf die Seite rotieren, sondern versuche jetzt, das Ganze flüssig einfach umzusetzen mit einem Dreierzug. Für die Anfänger wieder am Anfang Flossen, aber bei ganzer Lage dann auf jeden Fall auch die Flossen wieder ausziehen. So, ihr habt das gesehen. Nochmals für euch, was trainieren wir damit? Wir trainieren auf jeden Fall die stabile Wasserlage, den flüssigen Beinschlag, die gleichmäßige Rotation auf beide Seiten und passiv optimieren wir natürlich die Ökonomisierung des Kraulschwimms und erzielen dadurch natürlich auch eine Steigerung der Zuglänge. Also probiert es einfach mal zu Hause aus. Ich bin mir sicher, die Übung hilft jedem von euch weiter. Die methodische Reihe fangt mit der ersten Übung an, dann über die zweite. Ihr könnt natürlich dann auch noch den Wechselzug mit einbauen. Da blende ich euch oben nochmal den Link dafür ein, dass ihr nochmal ein Video dafür bekommt. Und danach natürlich die Übertragung in ganze Lage. Am Anfang mit Flossen und Fingerpaddles. Danach auf jeden Fall die Flossen ausziehen. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich auch mal ohne Fingerpaddles versuchen. Das war es von mir soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch als Feedback, wenn es euch gefallen hat. Und bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.